Was ist das Simpact-Programm? Was mir am Simpact-Programm besonders gefallen hat, ist die Flexibilität und die große Vielfalt von den Veranstaltungen, die man im Rahmen des Programms besuchen kann. Das Simpact-Programm würde ich vor allem Leuten empfehlen, die sich für wissenschaftliche Themen interessieren. Auch den Austausch mit anderen Leuten, die Informationen weiterzutragen, auch interdisziplinär sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen. Aus dem Simpact-Programm habe ich speziell mitgenommen, dass man nicht vieles braucht, um coole Events auf die Beine zu stellen. Und es hat mich dann ermuntert, mehr Einsatz auch in meiner Freizeit zu geben, da der Output sehr gross ist, bei auch einem kleinen Input. Und ich habe auch mitgenommen, dass man durch eine coole, starke Community vieles erreichen kann. Und ich habe auch mitgenommen, dass man durch eine coole, starke Community vieles